Die TSG Hoffenheim und der SV Darmstadt trennen sich 3 zu 3 am Ende, ist es zu wenig für die Hoffenheimer, aber ich würde sagen ein verdienter Punkt für die Darmstädter, weil sie wirklich Moral und Kampfgeist gezeigt haben. Allerdings waren es die Hoffenheimer, die in Führung gegen Kramaric, der einen fälligen Elfmeter, verwandelte in der 14. Minute Führung, also für die Hoffenheimer. Das Problem von Hoffenheim war an diesem Spiel, muss ich sagen, dreimal in Führung gegangen, dreimal den Ausgleich kassiert, das darf einfach zu Hause nicht passieren. Pfeiffer in der 23. Minute mit dem 1 zu 1 und ob verdient oder nicht, sicherlich hatte Hoffenheim mehr Chancen und war auch der Favorit, aber trotzdem musste das irgendwo auch mal ins Ziel bringen. Allerdings war es dann Bebo, der in der 28. Minute immerhin wieder den Führungstreffer für die Hoffenheimer erzielte, was dann auch der Halbzeitstand war. Beide Teams, würde ich sagen, kamen beide gut in die zweite Halbzeit rein und so war es dann Skake, der in der 57. Minute das 2 zu 2 erzielte, also Hoffenheim wieder mit einer verschenkten Führung. Aber auch Darmstadt war heute sehr, sehr anfällig mal wieder und so war es Bebo, der das Spiel wieder zugunsten der Hoffenheimer drehte in der 66. Spielminute, was natürlich auch verdient war. Hoffenheim hat es eigentlich fast bis zum Schluss super dann verteidigt, allerdings kam dann noch mal Skake in der 85. Minute und hat das 3 zu 3 erzielt. Wie gesagt, vielleicht ist es nicht der verdienteste Punkt für Darmstadt, kämpferisch gesehen und moralisch gesehen, aber mehr als verdient. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao. Wir hören uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020